Jetzt gibt's als erstes einmal Musik. Ja genau, bei uns ist jetzt wieder Austropop ohne Grenzen. Die Gruppe Haug singt noch einmal und sie singen Wo Wüsten hin. Der Rucksack steht in deiner Hand und immer nur im Semmelgewand. Sag mir, wo Wüsten hin? Musik Meinst, ist dir schöner oder wie? Dass dich schon zauberst, obwohl es kein Plan auszog, wo willst du hin? Musik Musik Ein näches Gefühl, ein fremdes Stamm Und das weiß ich noch nicht mehr, wo Ein Freu von der Schöne ins neue Leben Wir werden schon bald da nicht mehr sehen Musik Musik Sag mal, wo Wüsten hin? Musik Was ist denn schöner oder wie? Musik Sag mal, wo Wüsten hin? Musik Wo Wüsten hin? Christoph Haug und Band Ja Schön, dass ihr da seid Wo Wüsten hin? Wo Wüsten hin? Was ist das Ziel? Ja, ich eigentlich gern zu den Amadeus Music Awards War nicht schlecht, aber dazu müssten wir halt jede Menge CDs verkaufen Wir haben ja schon vier aufgenommen und die würden wir gern unter die Leute bringen natürlich Was sie aber macht, ihr seid sehr sehr viel unterwegs, auch heute geht es schon weiter, wohin? Genau, wir sind heute in Tirol, morgen in Salzburg und dann wieder zu Hause bei unseren Familien Ja Wie viele Auftritte habt ihr ja so im Jahr durchschnittlich? Ja, ich sag so zweimal im Monat circa, dass wir spielen, genau Ich habe ja vor einigen Tagen mit Flowrack auch gesprochen, die bei uns waren, die gesagt haben, es ist schon auch viel Glück dabei, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein Wie siehst du das? Was macht wirklich dann denn einen Erfolg aus? Ja, wird schon so stimmen, natürlich ist viel Glück dabei, aber natürlich auch trainieren, üben, üben, spielen, spielen, schauen, dass man möglichst viele Leute erreicht Und dass irgendwie ein Schneeball-Effekt irgendwann einmal rausschaut Das macht sie auf jeden Fall heute bei uns Alles Gute euch auf euren Touren und viel tolle Musik, die ihr weiterhin noch macht Danke, Christoph Haug und Band Danke, Christoph Haug. Danke, Christoph Haug. Danke, Christoph Haug.